Hey, heute sind wir hier bei der Schreinerei Boch in Pforzheim-Nord. Für euch als Kunden bieten wir natürlich auch den kompletten Service an, angefangen vom Ablösen der alten Folie bis zum Kaschieren der neuen Folie. Mit unserem perfekt abgestimmten Lösemitteln entfernen wir auch den letzten Kleberest für Sie. Die Schreinerei Boch stammt ursprünglich aus Niewern-Öschelborn. Dort findet ihr heute aber noch das Küchenstudio. Wir beschäftigen uns heute mit der Kaschierung der gesamten Firmenflotte der Firma Boch. Mein Name ist Sarah Boch. Zusammen mit meinem Vater, dem Karl-Heinz-Boch, führen wir die Schreinerei unserer Küchenstudio inzwischen schon seit dritter und vierter Generation. Unsere Firma gibt es seit 1930 und die lange Zeit wirkt für Qualität und für unsere Erfahrung, die wir haben. Und das schätzen unsere Kunden extrem. Und ihr wisst ja, wo gearbeitet wird, Falschbäne.